So, jetzt für euch einen Test, ihr könnt es sehen, das Voboda von Funko aus der Iskra Linie. So, jetzt für euch einen Test, ihr könnt es sehen, das Voboda von Funko aus der Iskra. So, jetzt für euch einen Test, ihr könnt es sehen, das Voboda von Iskra Linie. Das ist ein unfassbar gutes Ding, wenn man bedenkt, das ist ungefähr 65 Euro kostet, dafür ist es unfassbar gut.